Hallo miteinander, ich bin der Nikolas, ich mache die Lehre als Detail-Fachmann bei der Firma Opoesker AG. Wir kaufen Eisenware, Beschläge und auch noch Werkzeuge. Wenn du mehr über die Firma und den Beruf erfahren willst, zeige ich es dir gerne. Die Haupttätigkeit der Lehre ist auch das Beratung für Kunden, was mir persönlich auch ganz viel Spass macht. Es ist sehr handlich. Zu der Beratung gehört nicht nur das persönliche Beraten, sondern auch das Beraten am Telefon. Manchmal muss ich auch die Artikel direkt in unserem Lager holen. So, ich hoffe, der erste Eindruck hat euch gefallen. Falls ihr mehr über die Firma und über die Ehre als Detail-Fachmann oder Fachfrau erfahren wollt, meldet euch doch bei uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen! Tschüss. Tschüss. Tja. Es ist ein Duer Kách. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020